Herzlich willkommen bei SOLIDUS. Wir möchten euch heute ein paar Neuheiten unserer Herbst-Winter-Kollektion 2021 zeigen. Starten würden wir gerne mit unserem Thema Solinator. Das haben wir in der letzten Saison schon drin gehabt. Wir möchten uns einfach immer mehr auf das Thema Natur und recycelbare Materialien konzentrieren. Ganz unter dem Motto Give Waste a Second Chance suchen wir immer nach neuen Materialien, die recycled sind, die aus der Natur kommen bzw. die Natur nicht belasten. Dieses also ganz besonders herauszustellen ist das Material Loden. Loden ist gesponnene Wolle, die gewoben wird und dann erst in die Walke geht. Durch das Weben vorab ist es ein sehr festes Material und formbeständig. Es ist ein Naturmaterial, was atmungsaktiv, strapazierfähig, langlebig ist und zudem sehr, sehr weich und leicht. Sehr angenehmes Tragegefühl hier zu sehen in unserem Schuhkaja. Ein weiteres Thema, was wir angegangen sind, ist das Thema Stretchmaterial. Wie ihr wisst, haben wir eine große Solica Soft-Kollektion, die auch sehr gut am Markt angenommen wird. Wir haben bisher immer Mikrofaser-Stretchmaterial eingesetzt. Nun haben wir ein Leder-Stretchmaterial. Man sieht es auch hier, ein ganz weiches, nachgiebiges Material in unserer Solica Soft-Qualität. Hergestellt wird das Ganze wie folgt. Es wird ein Stretchmaterial eingespannt. Darauf kommt ein ganz weiches Ziegenleder und das wird im gestretchten Zustand miteinander verklebt. Danach wird das Entstretched und es ergibt sich das folgende Leder. Wie ihr seht, kann man das sehr gut auseinanderziehen und es ist sehr nachgiebig. Ein weiteres Thema für uns ist das Daunenmaterial. Wir verwenden da die Thin-Down. Das ist ein Daunenmaterial, was nicht aus Lebendrup gewonnen wird. Der Schuh ist sehr, sehr leicht und warm. Also Daunenmaterial ist ja eines der wärmsten Materialien, was man einsetzen kann. Nicht nur in Kleidung, sondern eben auch in Schuhen. Hier in einem ganz sportlichen Sneaker-Stil in der Weite H. Im Vorfußbereich und an den Seiten mit diesem Daunenmaterial, was den Schuh sehr, sehr warm macht. Das waren drei unserer Highlights. Wir haben noch viel, viel mehr. Wir haben ganz tolle neue Farben, neue Formen, neue Materialien. Wir freuen uns auf euren Besuch in den Showrooms, auf den Messen und in euren Läden. Und wir sehen uns bald. Bis dann!